servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir haben uns am wochenende ein video angeschaut wo blizzard darüber geredet hat dass sie noch nicht so ganz zufrieden sind damit wie die public work orders funktionieren also die öffentlichen handwerksaufträge das führt jetzt dazu dass blizzard ein bisschen an dem system rumgeschraubt hat oder rumschraubt zumindest auf patch 10.0.5 auf dem ptr wir erinnern uns das ganze funktioniert so ihr könnt über euren handwerkstisch öffentliche aufträge annehmen aber maximal 20 stück davon auf die gilde ist das nicht bezogen nur auf diese öffentlichen dinge und genau hier hat blizzard jetzt gesagt das problem dass wir so wenig öffentliche aufträge haben ist einfach dass es nicht so viele aufträge generell gibt die gibt es wohl aber halt nicht en masse und zumindest nicht genug um damit jeden handwerker auf einem server zufrieden zu stellen blizzard sagte in dem part dass halt weiß ich nicht sobald eine anfrage kommt stürzen sich zig handwerker auf eine anfrage und dementsprechend sind die halt sofort wieder weg also man hat gesagt man möchte an der problemlösung arbeiten was ist jetzt die problemlösung blizzard beschränkt die handwerker weiter und zwar zukünftig könnt ihr nicht mehr 20 öffentliche aufträge ausführen sondern nur noch vier das ist der aktuelle stand siehe auch thumbnail auf dem ptr es ist natürlich nicht ausgeschlossen dass sich das noch ändern würde ich denke blizzard hört da auch ein bisschen auf das spieler feedback aber das ist jetzt erstmal die lösung oder die angestrebte lösung die blizzard hat müssen wir mal abwarten ob sich das jetzt so lohnt ob das eine sinnvolle änderung ist gucken wir mal in diesem sinne schauen wir mal ob das was bringt ob dafür dann mehr öffentliche aufträge für alle verfügbar sind schreibt mir eure meinung gerne in die kommentare und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen